Guten Morgen am 14. Dezember. Es sind nur noch 10 Tage bis Weihnachten und wir machen jetzt mal das 14. Türchen auf. Wie immer reißt es ein und heute gibt es einen kleinen Modell Hubschrauber, wie das aussieht. Und den baue ich jetzt erst mal auf. So, wie gestern schon vermutet hat der Mensch mit der Fernbedienung tatsächlich eine Fernbedienung in der Hand, nämlich für diesen Hubschrauber. Ähnlich wie bei dem Tauch-Scooter aus der Serie mit dem Exploration-Wrestle. Und ja, es sieht aus wie ein kleiner ferngesteuerter Hubschrauber, mit dem man halt in den Vulkan vorher einmal reingucken kann, ohne da dann allzu gefährliche Sachen machen zu müssen. Dann noch einen schönen Tag.